Wir sind jetzt hier nochmal im Garten bei uns im Haus. Diese Libelle, Wahnsinn. Die, die... Boah. Boah. Ey, ohne Witz, ich hab das richtig flattern gemerkt an meinem Ohr. Das Vieh ist ja richtig da. Boah, hoffentlich sieht man's. Boah, schön. Was für eine große. Boah, guck mal, wie groß die und dick die ist. Ja, das sind noch Tiere, wirklich. Ehrlich, man muss auch mal hier die Hasen sehen. Hier sehen die Hasen aus, ne. Und die hoppeln hier wie verrückt. Bei uns in Deutschland, die hoppeln gar nicht. Die chillen da rum auf Wiese, die sind dumm, die sind alle krank. Hasenkrankheit da. Voll bekloppt. Boah, jo. Ja, ob man das jetzt draufkriegt, man weiß es nicht, ne. Wenn man so gegen die Sonne filmt, auch manchmal, je nachdem wie die fliegt. Aber ich guck mal. Hier raus müsste man das eigentlich kriegen. Da ist sie. Da ist sie. Jetzt fliegt sie da oben hin, jetzt fliegt sie da hin. Da hinten fliegt sie. Ich hoffe mal, man sieht es. Ich hoffe es mal. Ich hoffe mal, sie kommt. Da kommt sie genau vor die Kamera. Wer das gesehen hat, genau vor die Kamera. Wirklich, ein halber Meter. Die sind hier überhaupt nicht scheu, diese Viecher. Man sieht das hier. Keine Ahnung. Da, hast du sie. Hast du es gesehen? Ja. Da hat sie sich eine Fliege geholt. Da hat sie sich eine Fliege geholt. Boah, die hat die Fliege im Mund. Die hat die Fliege im Mund. Boah, die fliegt dir fast vom Kopf, ne. Boah, die hat die Fliege im Mund. Ja, die hat die Fliege im Mund. Ui, ui. Hammergeil, dass man das hier so alles sieht, dieses Schauspiel. Ich finde das interessant. Keine Ahnung, wer das noch interessant findet. Da gibt es bestimmt ein paar einige, die denken, was stimmt denn eine doofe Libelle? Euch kann ich nur sagen, ihr habt noch nie eine Libelle gesehen. Werdet auch nie eine sehen. Ich glaube, sieh dieses Lied. Ich war noch niemals in New York. Ohne Scheiß. Ich sah noch niemals eine Libelle. Ist einfach schön. Schön mit anzusehen. Wie die Natur so. Weiß nicht. Ich finde das richtig. Da kommt sie. Da kommt sie. B-52 Luftkampfbomba. Tarnkampenbomba. Modern Warfare. Aber wirklich geil. Wirklich. Boah, da könnte ich stundenlang filmen. Ehrlich. Wow. Hammer. Hast du gesehen? Voll vor die Kamera fast getickt. Guck mal, wie die mit dem Wind gleitet. Ey, die ist richtig. Wie die das können, ne? Die sind richtig schlau. Da. Oh, da hab ich sie richtig drauf. Schön. Ey. Als ob die das wüsste, ne? Da bliebst du gerade extra in der Luft zu stehen. Und als ob die das so wüsste. Die hörst du voll flattern. Ja, die hörst du flattern, ne? Mhm. Das hier ist wirklich der Hammer. Jedes Haus hat hier seine eigene Libelle, die das Haus ringsherum sauber hält mit Mücken. Also braucht man im Grunde genommen kein Haustier mehr. Man hat hier schon ein Haustier. Wohl oder übel. Da kommt sie. Da kommt sie. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Oh, zu schnell. Wenn die einmal solche Haken schlägt, da kommst du gar nicht hinterher. Jetzt fliegt sie da hinten übers Dach. Ich glaub, jetzt haut sie ab. Ah, ne. Da kommt sie wieder. Das gibt's auch gar nicht. Hör mal, wie groß die ist. Ey, guck mal hier. Direkt ne Mücke. Ja, 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 ja. Hast du gesehen? Fast. Wäre die jetzt nicht abgehauen, über meinen Kopf weg hätte sie sich das vor der Kamera wieder geholt. Guck dir das mal. Ey. Saugeil. Ich find das so toll. Viele denken jetzt, dem geht einer ab. Ja, geht mir auch. Ich find das einfach so geil. So schön. Wenn wir dann noch diese Luft und den Wind und dabei noch braun werden. Da unten kommen die lieben Eltern. Man sieht sie. Liebe Eltern. Nicht so böse Eltern wie irgendwo anders. So, keine Ahnung wo in der Welt, die es so gibt. Da ist der Papa, der winkt mal. Kommt der Hund auch. Da ist der Sunny. Sagst du auch mal Hallo Sunny? Na Sunny? Da ist der Sunny. Boah, da ist es warm. Da ist der Papa. Ja, ist warm. Richtig schönes Rittergang. Ja. Wir haben gerade eine Libelle, habe ich gerade. Die ganze Zeit. Die hat vor der Kamera, hat die sich ein Insekt gepickt in der Luft, um die in der Luft schäben. Und das habe ich gefilmt. Also ich hoffe mal, dass ich es drauf habe. Wird schon. Ja. Wir haben schöne Filme schon gemacht. Ja. Da war die Mama. Die liebe Mama. Da ist sie. Vernünftige Menschen. Die haben wir die ganze Zeit gepackt. Pass auf. Ja. Hallo Sunny. Hallo. Willst du auch mal Hallo sagen? War im Wasser, ne? Kann das sein? Ja. Da ist sie. Das sieht man. Ja. Sunny war schwimmen. Müssen wir auch nochmal alle zusammen gehen, ne? Ja, super. Ja. Ich habe extra schon die Blume hier oben hingetan. Da drauf. Vielleicht, dass sie sich da drauf mal setzt. Aber ja, Insekten. Die hat sich vor uns hat. Oh, hier, 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 guck mal. Guck mal hier. Ui, ui, ui. Guck mal, guck mal, guck mal. Da drüben ist einer in ihm raus. Ja, ja. Sunny, schau. Kann er da durchnähen, ne? Ja. Ja, ja, ich mach das gleich mal. Achso. Guck mal da. Über deinen Kopf da. Die ist die ganze Zeit. Die ist schon die ganze Zeit, wenn man die fliegt so dicht am Kopf her. Das ist wirklich toll. Ja, hat sie ja. Haben wir ja drauf. Hat sie sich geschnappt. Marienkäfer. Hat sie sich geschnappt. Hm, Sunny? Bei deiner Cindy? Bist du bei deiner Cindy? Hä? Hi, 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 hi. Hm. Ah, der versandelt nur alles. Ja, ja, ja. Da ist die Mama. Ja, hallo. Da ist der Sunny. Hoffentlich haben wir sie drauf. Guck mal auf meinen Laptop überspielen. Und dann mit dem Windows Media Player. Vielleicht ist es dann synchron. Haben wir schon. Wir haben einfach HD ausgemacht. Nicht in HD-Film. Dann geht es. Ja, dann geht es. Also geht das wahrscheinlich doch nur, wenn es an HD-TV anschließt. Endgültig ist es dann richtig, weißt du? Aber wir haben jetzt, Video ist normal jetzt. Wir haben jetzt HD ausgemacht beim Video. Ja. Das ist normal. Es war ein bisschen schade, aber es ist schon ein Unterschied, wenn du da so in HD stehst. Siehst du richtig, wie der schwitzt und so. Und so ohne HD siehst du das gar nicht. Du siehst halt nur so raue Haut. HD siehst richtig, wie glänzt. Schwitzt und sowas. Da, 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 da. Oh, ich krieg sie. Die stand gerade so in der Luft. Bestimmt 5 Sekunden. Da habe ich sie drauf gehabt. Gefilmt. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Da. Guck mal, da hast du gesehen, wie bist du richtig still. Ja, weiß ich. Ich musste erst mal können bei der Geschwindigkeit. Da musst du hier an der Seite das umstellen. Ja, weiß ich doch. Sonst wird das zu unscharf. Ja, sonst wird das zu unscharf. Dann musst du auf Nahaufnahme stellen. Das ist, aber die ist zu schnell. Bist du das hast? Ja, du kannst ja da an der Seite einstellen. Äh, Lichtcharf, Person und, ähm. Sunny. 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 Hallo, komm mal hier hin, kleiner Junge. Guck mal her. Oh. Da habe ich sie. Oh, jetzt habe ich sie aber drauf. Schön, ne? Ja. Wo seid ihr hergegangen? Wo seid ihr hergegangen? Am Ström. Mama gibt Lili Fee eine Blume ans Ohr. Die beiden, ehrlich. Schlimm. Schlimm. Was denn? Nee, nix. Krass, ne? Der hat riesig richtig den Bauch unten. Guck mal. Ja. Lili Fee. Und Mama. Und der Sunny. Ja. Da ist sie. Gleiche. Da. Boah, eine große, ne? Ja. Ist auch die einzigste. Fledermäuse haben wir auch drauf. Haben wir gestern schon angeguckt, das Video müssen wir mal machen. Müssen wir uns mal angucken. Ist nicht schlecht, man sieht die zwei, drei Stück. Aber man sieht sie. Ja, auf jeden Fall. So, dann würde ich erst mal sagen, das waren so die ersten Eindrücke von Natur, Libellen und sowas und Eidext haben wir ja schon gezeigt, Fledermäuse. Da kommt nochmal der Sunny. Der muss auch immer überall dabei sein. Der Kleine. Mhm. Teufel. Ist auch immer dabei, ne? Bei der Familie. Hm? Ist auch immer bei der Familie, ne? Wo? Wo? Die Cindy auch, ne? Eine große Familie. Hm? Hey. Na, du sollst das nicht fressen. Der frisst schon wieder hier, Grünzeug. Das geht gar nicht. Der Sunny hier, ist das? Naja, das waren so ein paar Tiere. Aus Frankreich. Wir gehen jetzt zum Strand, ne? Kriegst du nicht drauf? Ne. Glaube ich nicht. Na, Lilifee. Lilifee und Papa. Boah, ist ne Kraft, die Sonne, ne? Boah, angenehm. Ja. Sieht ihr wieder? Kaum ein Wölkchen auch am Himmel. Ist komisch, ne? Da hinten sind sie am Machen, ganz hinten, ne? Aber hier vorne nicht, ne? So. Ach so. Das ist nur ne Absperrung wegen dem Hund, damit der nicht ewig ins Haus rennt, wie so ein Verrückter. Hier sind wir unten. Dicke Karre. Auch mal meine Karre. Yeah. Auch mal meins. Mein Teil. Zukunftiges. Affengeheilteil. Ja. Immer schön, die schlechten Menschen werden immer schön an euch denken, ihr Bitches. Echt. Wir sind dann mal raus jetzt. Und gehen dann jetzt gleich zum Strand und zeigen voll live in HD den Strand. Ich denke, heute wird richtig schön. Flut ist auch da, das Meer. Also das heißt, wo ihr werdet. Und wir werden nochmal gucken, was wir da so machen, anstellen werden. Also ein paar Sachen, die wir nicht filmen können, aber. Und Chiller und so. Alles klar. Dann seid mal alle gegrüßt und wir melden uns.